Es geht zurück nach Riedheim. Start der neuen Staffel Die Wollnys. Doch zwischen Lavinia und Tim kriselt es immer mehr. Die Kult-Großfamilie ist zurück auf den TV-Bildschirmen. Die Wollnys, eine schrecklich große Familie, startet bei RTL ZWI in eine neue Runde. Der erste Teil der 16. Staffel beschäftigte sich überwiegend mit der Vierfachtaufe der Wollni-Enkel. Trotz langer Planung ging am Ende alles den Bach runter, bis auf die Stimmung. Nun also zurück in Riedheim und der Stress geht weiter. Die TV-Zuschauer erwartet in der neuen Staffel eine Menge Drama. Zu Beginn wird ein altbekannter Streit wieder aufgewärmt. Sylvia Wollni im Irrenhaus In Rathheim, einer ländlichen Idylle in NRW, gibt es ein Haus, in dem es oftmals gar nicht so ruhig ist wie im restlichen Örtchen. Du hast jeden Tag, 24 Siebtel, die ganze Woche über Durchgangsverkehr, so Sylvia Wollni, 59, zu Beginn der neuen Staffel. Du kannst nie zur Ruhe kommen. Die Matriarchin der Familie geht sogar noch einen Schritt weiter. Das ist ein Irrenhaus. Während Sylvia ab und zu wenigstens ihre Ruhe haben möchte, ist ihr Haus für ihre Kinder einfach ein Treffpunkt. Sylvia zieht den Schlussstrich. Ich bin jetzt erstmal weg, weiß nicht, wann ich wiederkomme. Zusammen mit Harald flüchtet sie in die Türkei. Auch da trifft sie bekanntlich auf Familie, denn die Türkei ist mittlerweile die zweite Wahlheimat der Wollnis. Zuletzt gab es auch dort eine Menge Stress, vor allem zwischen Estefania, 22, und Freund Ali, sowie Loredana, 20, und Freund Servet. Doch diesmal soll ein gemeinsamer Kochabend für entspannte Stimmung sorgen. Auf dem Weg zum Supermarkt kracht es dann doch plötzlich. Silvia sitzt hinten auf dem Roller, Servet fährt. Ich töte dich, mein Freund. Mit meinen Oberschenkeln knacke ich dir deine Eier. Dabei wollte Loredanas Freund lediglich die Bremsen testen. Beziehungsstress bei Lavinia, Wollny und Tim zurück in Rathheim, zu Besuch bei Lavinia, 24, und Tim, 26. Fans werden sich erinnern. In der letzten Staffel ist es so dermaßen eskaliert. Ein Streit zwischen Lavinia und ihrem Verlobten Tim Katzenbauer gefährdete damals nicht nur die lang geplante Vierfachtaufe. Auch die Hochzeit zerplatzte. Lavinia kritisierte, dass Tim keine Zeit für sie habe, die Zärtlichkeiten fehlten und er nur am Zocken sei. Die ersten Szenen in der neuen Staffel prophezeien nichts Gutes. Es ging eine Zeit lang gut, jetzt stecken wir wieder im alten Muster drin. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, sagt Lavinia. Die Familie hat zwei Kinder, Hailey und Linus. Als Lavinia vom Einkaufen zurückkommt, sitzt Tim wieder vor seinem Computer. Ich find das schon respektlos, dass ich hier Sachen erledige, damit der Kühlschrank voll ist, und er setzt sich dahin und kann nicht mal Hallo sagen, mir nicht mal in die Augen gucken. Als Lavinia aus dem Raum verschwindet und sich um Tochter Hailey kümmert, sagt er zu seinen Zockerfreunden lediglich, Jetzt haben wir wenigstens wieder Ruhe, Männers. Lavinia Wollny, hörst du mir zu? Der sitzt mehr am Tag an dieser Konsole, als sich hier mal mit einzubringen oder Zeit mit mir zu verbringen, meint Lavinia. Kurze Zeit später eskaliert es. Du willst mich doch verarschen? Ich häng da mit zwei Kindern an der Waschmaschine. Hallo, hörst du mir zu? Lavinia schnappt sich schnurstracks Tims Konsole, tauscht Controller gegen Baby Linus. Das hier ist jetzt erstmal meine. Da kannst du dir dein Stream, dein Zocken erstmal sonst wohin stecken. Bei Silvana sucht Lavinia schwesterlichen Rat. Können sich Tim und Lavinia ein letztes Mal zusammenraufen? Die Wollnys, eine schrecklich große Familie startet am Mittwoch, dem 14. August um 20.15 Uhr bei RTLZWEI in eine neue Staffel.